Party. Also du musst vom Start ins Ziel kommen, mehr ist es nicht. Jetzt kannst du in der ersten Runde schon irgendein Item auswählen. Was ist das? Ich weiß nicht was das ist. Du musst rüber mit decken der Seite. Und jetzt kannst du dein Item platzieren. Irgendwie kannst du das auch drehen. Ja mit RB und LB. Ah verdammt. Jetzt ist es Ziel. Zum Ziel zu kommen. Aber wenn ich jetzt gestorben bin ich schon frei. Ja jetzt komm schon das nächste Ding wieder. Aua. Oh Nini Madrasher. Okay das habe ich nicht. Irgendwann hat man zu viel Versuche bis man ins Ziel kommt. Der Vivi ist Falle. Jetzt hat der Vivi Punkte gekriegt. Weil jemand in seine Falle nicht geflogen ist. Achso das wird immer mehr oder wie? Ja ja. Wie dreht man es? Nein ich drehe. Mach wie nicht. Haters gonna hate würde ich sagen. Was baut der Vivi daran? Aua. Achso das Block. Boah. Nein ich bin schon wieder im MLS-Klinik. Oh ja das. Oh da kommt. Oh no. Vorne kommt ein Ding. Oh das. Und wenn ihr erst seid, kriegt ihr noch einen Zusatzpunkt ein bisschen. Ja. Oh haben wir jetzt beide das Klinik? Okay. Nein. Nein wir haben ja gar nichts. Boah. Wie dreht man es? Achso. Mit RB. Bei euch kann man nur die Richtung. Das ist jetzt ein Rad, das sich hier dreht. Guck mal hast du eine Bombe geschrieben. Einfach nur zu weg. Ah fuck. Aua. Oh shit. Ja. Jawolle. Bin ich schon komplett dead oder wie? Nein Bist du nicht? Doch? Ja für die Runde halt ja. Ja. Oh ey. Wie eine Falle hat euch zerstört. Wow ey. Da bin ich ja richtig in den G'schiss ey. Oh. Hä wenn wir so drüber haben, dann kommt doch nochmal was passiert damit. Hä? Was meint irgendwas mit der Zeit? Das wird aufgestimmt. Boah das Zeitlupe ist. Oh wow. Hä? Ich bin jetzt schon dead. Das Windrad hat mich eingeklemmt. Ich komm da nicht mehr rauf. Ach du musst raufsliden an der Wand. Flach an der Wand ab. Ah ja. Was? Letzte Runde. Wenn der Gülle nachgehen. Nein. Ich wollte die Bombe ja. Mit der Bombe kannst du nur was bestätiges hier machen. Achso. Oh man. Das ist ja nicht zu so. Wow. Dann haben die am Anfang wenigstens nicht so'n Druck. Nein. Na komm. Ich hab ein Bierführer. Eindlich. Ich hab's auch mal durchgeschafft. Können ihr euch irgendwie einen Double-Jump machen oder so? Nein. Na. Du hast Punkte für ein Comeback gekriegt. Wie ist der ultimative Waschbjer? Zuuuhhhh. Hätte doch der Waschbjer genommen.